Guten Morgen zusammen, fast von Catalina Island. Wir haben heute unseren ersten Landgang. Gestern hatten wir ja schon ein ganz tolles Erlebnis. Ihr habt es in einem anderen Vlog gesehen, wo wir hier genau standen. Und dann kamen die ganzen Delfine. Heute, wie gesagt, der erste Landgang für uns. Mal schauen, was uns erwartet. Wir gehen jetzt erst noch mal frühstücken. Und dann gucken wir mal. Noch sieht das Wetter gar nicht so toll aus. Ist auch so ein bisschen trübe. Aber angeblich soll es heute noch sonnig werden. Soll ein schöner Tag werden, laut unserem Käpt'n. So, fahren wir bald raus. So, fahren wir bald raus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020